Nix ist was. Ah, okay. Danke. Wow, ein Blick reicht. Ne Nils, leider nicht ey, das ist... Das kriegst du nicht mehr. Neue Kollektion kommt in 3 Wochen. Hat aber nichts mit Counter-Strike-Stream oder so zu tun, ne? Also ich... Bin ja auch alter Skate-Hase und... Ich hab halt einen Mega-Lag. Kleiner Hipster, deswegen gab's mal die T-Shirts. Bei dem U26 AP hat man gepusht. Aber... Vielleicht magst du ja die neuen Designs. Falls nicht, ist es auch nicht schlimm. Oder du kannst das hier haben jetzt. Was ich anhab. Ist aber Größe L. Und ich hab's schon getragen. Oh, hinter uns. Letzten Sommer lang. Ich pushe gleich B durch. Pass auf, pass auf, wir machen die. Einer von hinten, zwei von hinten. Ich kann nicht hin. So, der Ace is real. Ja. Der eine hat... 50, der andere hat 20. I am throwing a grenade! Woah. I am throwing a blood bank! Letzten Sommer. Throw in smoke! Monaco! Monaco! Oh, ich bin rein! Oder auf, was ich wäre. Ich bin. Oh, ich bin. Ich bin. Ich bin... ... ich bin. Ich bin. Dezettungsgericht. Da. Ich bin. Ich bin. Da war das Aze! Das Aze! Mit Ansager, mit Ansager! Brauch ich jemand was? Und meine AK droppen? Nö! Ich hab mal Orve gelegt... ne Orve! Ne Orve! Und ne AK noch! Dann nehm ich die Orve! Die Orve? Okay! Die Orve! Den halt im Orve nehmen! Das spricht tot aller Welt! Also im Matchmaker muss ich nichts treffen, aber okay die Gegner ist auch anders! Oha! Oha! 1-F! 1-F!